Willkommen zu einem neuen Video. Letzte Woche gab es leider keins, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Ich musste mir erstmal durch den Kopf gehen lassen, ob ich das überhaupt machen will, was wir jetzt machen werden. Wie jeder weiß, 3,50Z Motorraum ist jetzt fertig geschliffen. Ich habe alles dort raus, Unebenheiten, Unterwund angeschliffen komplett. Das heißt, er kann jetzt lackiert werden. Aber ich möchte das selber machen. Demnächst, also ich bin so ein Typ, am liebsten will ich alles selber können und machen, dass ich nie jemanden irgendwas fragen muss. Das ist aber sehr schwierig bei Autos. Weil Autos aus so vielen Themengebieten besteht. Du hast Motor, du hast Getriebe, du hast Karosserie, Lackierarbeiten, Elektrik und und und. Das sind einfach so viele Sachen. Aber ich will gerne selber lackieren. Deswegen bauen wir uns jetzt eine Lackierkabine. Da hinten haben wir schon zwei Felder dafür stehen. Wir haben so ein bisschen schon was gemacht und gleich werde ich euch zeigen, wie wir das alles aufgebaut haben. In Timelapse sozusagen. Mein Plan ist erstmal, wir werden 3,50Z dort lackieren, dem Motorraum, dass ich das Auto wieder zusammenbauen kann. Und nein, ich habe immer noch kein Kabelbaum, nicht Motorkabelbaum, sondern den anderen. Den zu bekommen ist anscheinend gar nicht so einfach. Weil niemand in der Lage ist, dir vernünftige Fotos davon zu schicken, wo du alles vergleichen kannst. Die Leute sind einfach so blöd, um Fotos zu machen. Aber wenn die nicht verkaufen wollen, dann wollen die nicht verkaufen. So, hier haben wir unseren 200SX. Der Plan ist, Motorraum lackieren und dann den 200SX in die Kabine dort rein und den vorzubereiten. Das Auto hat sehr viele Spachtelarbeiten. Die Haube, das Dach, die Rückwandklappe, die sehen komplett scheiße aus. Du hast da Beulen drin, Dellen. Ja, sieht einfach nicht schön aus. Das heißt, braucht viel Liebe, Spachtelarbeit. Spachtelarbeit bedeutet ganz viel Staub. Und damit der Staub, oder damit es nicht so aussieht wie in der Garage von meinen Eltern damals, als wir den Eclipster gespachtelt haben, machen wir uns jetzt so eine Lackierkabine. Beziehungsweise auch eine Spachtelkabine, so 2 in 1. Da möchten wir dann, wie gesagt, Motorraum, den vorarbeiten. Dann kannst du die Folie, die hier, die kannst du dann einfach abziehen und erneuern. Dann hast du wieder sozusagen einen sauberen Raum da drumherum. Das ist so ein bisschen der Plan. Wie es funktioniert, wissen wir noch nicht, aber wir versuchen es auf jeden Fall. Ich habe das so ein bisschen gesehen, oder das Gestell an sich ist besser als das Pavillon. Dieses Pavillon kostet 200, ich glaube ab 200 Euro, aber es sieht immer einfach nur scheiße aus, wenn ich hier so ein Pavillon zischte. Das sieht einfach kacke aus. Vor allem, da geht überall Luft durch, unten an den Seiten und und und. Deswegen ist das für mich die bessere Lösung gewesen. Und ich glaube, es wird auch ein bisschen besser aussehen. Ich werde am Ende so eine kleine Preisliste machen, was das alles gekostet hat. Ich werde, glaube ich, nicht unter 200 Euro bleiben können mit Lüfter und allem drum und dran. Also Zuluft will ich haben, Abluft möchte ich haben und das wird, glaube ich, ein bisschen über 200 sein. Bis zum nächsten Mal. 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 So, das sind einmal die Customs, die ich alle bekommen habe. Ich bin jetzt bei Kosten von 140 Euro gelandet. 140 Euro. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Das verinhaltet erstmal das ganze Holz hier, um das Gestell zu bauen. Da sind wir bei 50 Euro gewesen. Die ganze Folie hier um das Gestell, mit der Folie hier auf dem Boden sind ungefähr 80 Euro gewesen. Da fehlt noch eine Tür. Die werden wir noch einbauen. Jetzt weiß ich nicht, wo ich die liegen habe. Das ist extra so eine, mit dem Reißverschluss kannst du aufzumachen, damit du keinen Dreck und nichts raus oder rein kannst. Das ist ganz wichtig. Dann gehören noch Winkel dazu und ein paar Schrauben. Da sind wir jetzt roundabout bei 140 Euro gelandet. Da sind jetzt noch Lampen, die wir benutzen können. Die lagen bei uns zu Hause rum. Und ich weiß nicht, wofür wir die hatten oder ob die einfach über waren. Auf jeden Fall, die wollen wir jetzt benutzen. Die werden wir irgendwie quer oben festmachen. Und da oben, die Lampe, werden wir ebenfalls, oder das LED-Panel müssen wir frei machen, damit es von oben rein leuchtet. Damit wir auch genug Licht hier in der Karriere haben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du genug Licht hast und weißt, was du da machst. Beziehungsweise siehst, was du überhaupt machst. Ansonsten Zuluft und Abluft werden wir erst bauen, wenn wir die Volllackierung hinterher oder die Volllackierung für dieses Auto hier machen. Für ein bisschen Motorraum brauche ich das jetzt nicht. Nachdem ich den Motorraum fertig habe, kommt das Auto eh raus. Dann kommt die Karriere hier rein und wird gespachtet. Da brauche ich die Abluft und Zuluft auch nicht. Das heißt, ich lasse es erst mal weg und mache es erst dann wirklich, wenn das Auto die Volllackierung bekommen wird. Das ist so ein bisschen der Plan. Worum ich mich jetzt kümmern muss, ist eher eine Lackierpistole für diesen wunderschönen Motorraum hier. Ich möchte nichts Billiges, aber ich will auch nicht irgendwie SATA 500 Euro ausgeben. Mir wäre es lieb, irgendwie so ein Zwischending und am besten eine Pistole, wo du verschiedene Düsensätze drauf machen kannst. Das heißt, du kannst sie benutzen für Grundierung, für Füller, für Farbe, für Klarlack, für alles. So alles in einer Pistole. Das wäre mir ganz lieb. Und dass sie irgendwie für zwei Autos reicht. Dass ich den 350Z einmal komplett lackieren kann und den 200SX komplett lackieren kann. Weil dann, wenn ich die zwei Volllackierungen hinter mir habe, dann reicht das erst mal mit diesen Projekten. Diese Dauerbaustellen, diese, wo ich jedes Mal Volllackierungen machen muss, das reicht langsam. Das zieht so viel Zeit. Also du sparst natürlich unmenschlich viel Geld, wenn du alles selber machst an so einem Auto. Aber es ist so viel Zeit und so viele Projekte. Deswegen müssen wir versuchen mit einer Lackierpistole auf jeden Fall die zwei Autos hier lackiert zu bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten war es das eigentlich. Mehr brauchen wir nicht mehr machen. Die Lackierkabine sollte auch irgendwo dicht sein. Wir haben das jetzt so gemacht. Hier die Folie bis auf die Mitte von dem Kantholz. Dann einmal komplett mit Teser gezogen und dann hier überall nochmal mit Tacker festgemacht. Das heißt, du kriegst das hier wirklich nicht ab. Hier kommt auch nichts zwischen, nichts durch oder sonstiges. Das wird wirklich 100% dicht sein. Das ist mir ganz wichtig. Damit ich keinen Farbnebel auf dieses wunderschöne Ding hier habe. Weil ich würde mich, würde mir in den Arsch beißen, wenn da Farbnebel draufkommt, sage ich ganz ehrlich. Der muss sowieso nochmal komplett poliert werden. Ich wollte ihn nochmal komplett anschleifen. Damit erstens ein bisschen Orangenhaut weggeht und die ganzen Pickel, die noch drin sind, die müssen noch weg. Das ist sowieso noch. Aber ich muss ihn auch komplett abdecken. Jedes Auto, was hier steht, richtig vernünftig abdecken. Damit auch wirklich gar nichts an andere Autos kommt. Das ist ganz wichtig. Ja, das war es eigentlich mit dem Video schon. Das war nicht ganz so lang, weil letzte Woche musste ich erstmal so ein paar Sachen privat klären. Jetzt habe ich aber umso mehr Zeit, um die ganze Scheiße hier ein bisschen schneller voranzutreiben. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wo wir Nissan Motorraum lackieren möchten. Ich hoffe, das wird alles gut gehen.